Was zum Teufel? Wir haben doch gesagt, bei der Laderrampe. Eric! 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 Hat die Mafia ihre Eltern ermordet? Was? Nein, ich bin Lyle. Keine Ahnung, es sieht auf jeden Fall so aus, aber das müssen wir noch rausfinden. Befürchten Sie, die Mafia ist doch hinter Ihnen her. Ja, wo ist Ihre Kamera? Hey, Mafia, nach allen Dingen würde ich gerne sehen, wie ihr es versucht. Okay, okay. Ist das eine Wachstum? Nein! Ihr seid Ziele, okay? Wir organisieren euch kompletten Schutz. Rund um die Uhr, ja?